Herzlich Willkommen zur nächsten Hunger Games Runde hier wieder auf dem Liberty.minecraft.de Doppelpunkt 55565 So, wie gesagt, der hat gerade hier ein Lack, keine Ahnung was da los ist. Ich warte mal kurz, jetzt läuft es wieder, keine Ahnung. Es sind auch schon 65 Spiele online. Ich muss kurz mal den Chat wieder kleiner machen. Nein, Deckcraft ist es nicht. So passt es. So. Und dann kann es eigentlich in drei Minuten auch schon losgehen. Ich habe Kid Miner. Hier ist das Born, wo gerade alle rumlaufen und es sind schön viele online drauf. Und wir haben leider noch keinen Skin. Wie immer halt. Ich bin halt ein noch nicht ganz Minecrafter. Hey, der sieht aus wie der Gronkh. Dieser eine da hinten. Jo, ich mache jetzt hier mal ein Screenshot. Und ja. In 60 Sekunden geht es los. Ja. Ist das jetzt? Welche Runde ist das jetzt? Glaube ich jetzt die zweite zuerst. Ja, die zweite ist es. Wir haben zwar schon viele Runden aufgenommen. Also ich auch mit dem Jonas meine ich jetzt. Okay, der hat aber einen sehr komischen Skin. Nur weiße Augen. Zombie. Haben wir sehr viele Runden aufgenommen. Und ja. Die waren halt alles mal richtig reingeschissen, sage ich mal. Also wir haben nicht mal. Der hat den NoDop Skin. Der eine da. Der ist halt da. Oder ist das NoDop? Ja, das ist NoDop. Ähm. Ja. Wir sind halt innerhalb von 30 Sekunden oder so gest... Nein, 30 Sekunden. Nach den 3 Minuten 30 Sekunden gestorben. Und das ist dann natürlich scheiße. Der sieht aus wie Homer Simpson. Da schaut man sich immer die ganzen Skins an und dann erkennt man die wieder. Keine Ahnung, wie du aussiehst. Keine Ahnung, wer du bist. Du bist Original Minecraft. Und los geht's. So machen wir uns auf den Weg mit unserer schönen Spitzhacke. Laufen hier ein bisschen durch die Gegend und suchen Tiere. Wenn ich mal welche finde. Ja. Meer ist scheiße. Meer ist scheiße. Schwimmen tue ich jetzt nicht. Da hinten ist ein Wolf. Der bringt uns kein Essen leider. Oktober ist er auch nicht. Ja, Mann. Tausende von... Nein. Nein, nein. Ich will noch nicht in die Mine. Ich brauche noch ein bisschen Essen. Ach Gott, jetzt lackt das hier auch noch so voll. Krass. Die FPS sind voll wenig. Die Frames. Ach Gott. Muss mal kurz stehen bleiben. Ich habe hier gerade... Kann man fast schon Frame-Einbruch sagen. Am Anfang hatte ich 80 FPS am Spawn. Und jetzt habe ich auf einmal nur noch 15. Krass. Eine Schlucht. Und natürlich alle schon unten sind. Und die ganzen Hunde auch runterfallen. Und gleich getötet werden. Obwohl die gar nichts bringen. Naja. Ach Gott. Ich brauche Tiere. Wie gesagt. Essen. Weil zwei Boote reichen. Nicht. Auf keinen Fall. Normalerweise gibt es doch in Snow-Bioms so viele Tiere. Aber jetzt anscheinend nicht. Mein Gott, lackt das. Liegt das am Server oder liegt das am PC? Ich hoffe mal am Server, dass es sich später wieder bessert. Kein Tier weit und breit zu sehen. Krass. Da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Uah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schwein. Komm her. Wo ist das hin? Das. Stirb Schwein. Mann, das haut aber auch immer ab. Ja, das Fleisch gehört jetzt mir. Okay. Ach stimmt, Bäume können wir auch gleich abbauen. Denkt ihr, das reicht zum Essen unten in der Mine? Glaubt kaum. Jetzt kommen die Frames wieder. Jetzt habe ich 25. Hoffe ich mal, dass sie auch bleiben. Ja, leider funktioniert die Minimap nicht. Keine Ahnung, warum die schon wieder rumpackt. Immer wenn ich aufnehme und es nicht hochlade, weil es entweder so scheiße war oder weil ich irgendwelche komischen technischen Probleme hatte, zeigt sie die Minimap an während der Aufnahme und jetzt natürlich wieder mal nicht. Und ich hatte leider nicht mehr so viel Zeit, weil du kannst ja bloß 8 Minuten lang auf dem Server spawnen. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Jetzt haben wir genügend Essen. noch mal neu die reinzuziehen mit dem MC-Patcher. Und deswegen habe ich mich entschieden, so zu spielen. 30 Sekunden Unsterblichkeit. Deswegen machen wir uns jetzt auch schon auf den Weg nach unten. Mein Gott, ist hier viel Erde. Da kommt doch mal Stein. Natürlich wieder ganz sicher zu. Und fällt ja überhaupt nicht auf, wenn da kein Schnee ist. Naja, wird dann schon keiner hinterherlaufen. Und 2, 1, go! Und jetzt passt auf, Donner, Donnerwirbel. Mal kurz ein bisschen lauter. Ich habe nämlich Minecraft-Tone allgemein so leise. Jetzt müsste es besser sein. Entschuldigung, dass ihr jetzt nichts seht, aber sobald ich Kohle finde, baue ich gleich Fackeln. Und dann müsste es eigentlich gehen. Aber das ist ja bei fast jeder richtigen Hunger Games-Runde so, dass man nichts sieht. Naja, beim Runterbauen wenigstens. Ändern wir dann mal die Richtung. Mein Gott, es kommt ja hier keine Kohle, kein Eisen, gar nichts. Ich höre jemand anders, der mit der Spitzacke hier rumhaut. Okay, craften wir uns mal kurz ein bisschen was. Werkbank. Ein Schwert. Einen Ofen. Und... Muss man den Ofen lassen? Rein mit dir. Rein. So, und jetzt müsste hier coole sein. Ohne diesen Ofen hätte ich es nicht gesehen. Wirklich nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Man bewegt sich ja auch langsamer, wenn man sneakt. Da wird mich keiner sieht, wobei das hier unten eigentlich nicht allzu wichtig ist. Mein Gott, sterben schon wieder gerade viele. Geräusche 100%. Ich mache noch ein bisschen lauter. Das gibt es doch gar nicht, dass das so leise heute ist. Schnell mal ein Holz wieder raus, damit wir Kohle gleich reinschmeißen. 10 lassen wir drin, das tun wir mal noch schnell raus und der Rest wird zu Fackeln. Für euch. Fackel gesetzt. Dann gehen wir jetzt mal weiter runter und hoffen auf eine Mine und Eisen. Damit wir... Ja, genau. So geht es auch. Eisen. Eisen. Noch mehr Eisen. Na ja, eine Eisenschwelt haben wir schon mal sicher. So. Dann wieder mal schön alles in den Ofen reinspeisen. Und dann können wir uns auch schon gleich an Eisenschwelt craften. Und ich gehe gleich wieder hoch, weil ich brauche noch eine neue Spitzhacke. Fuck. Wo ist hier jemand? Habt ihr den Bogen auch gerade gehört? Oder ist das über mir? Ja, hier über mir. Der gräbt sich jetzt aber nicht wirklich runter. Was mache ich? Was mache ich? Was macht der? Hier liegen... Irgendwelche Dinge. Und der will anscheinend kommen. Die schlägern sich da über mir. Und das ist irgendwie sehr unheimlich. Das ist da aber wirklich nicht gebaut, oder? Hab ich das gebaut? Ist... Ist das jetzt bloß so laut, oder was? Was? Okay, hier ist wirklich jemand. Fuck, 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 fuck. Okay, hier sind wirklich welche. Die haben sich gerade gegenseitig hier umgebracht. Fuck. Mein Gott. Nein, ich bin tot. Scheiße, 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 scheiße. Der hat bloß einen Steinschirr, den hätte ich eigentlich umbringen können. Mist, 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 Mist. Ja, das war's dann leider auch schon wieder von der Runde. Hat ja wenigstens elf Minuten gedauert. Ja, konnte euch leider nichts Besseres bringen. Ich hätte ihn eigentlich umbringen müssen, aber hätte... Ach, der hat den Bogen, Mann. Das ist scheiße. Und ich hätte mir gleich das Eisenschwert craften müssen. Und zunächst mal nach dem schauen müssen. Und nicht die ganze Zeit rumstehen. Und bangen müssen, damit die nicht kommen. Naja. Das war's dann auch von der Hunger Games Runde hier. Und ciao, bis zur nächsten Runde oder zum nächsten Let's Play oder was auch kommt. Ciao. 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 Outro